ja moin und herzlich willkommen bei leise auf primel wir haben in der letzten folge den champion victor gelegt und den dude und den anderen dude da oben getroffen wir haben ein boss ergo gekriegt deswegen gehen wir jetzt mal zurück ins hotel weil da wollen auch zwei leute mit uns reden trifft sich hervorragend dann gucken wir mal eben die bäume die früchte vom baum so und dann gehen wir mal weiter gucken da werden man schlüsse gekriegt und das natürlich aufgegangen da wird bestimmt irgendwas sein so erst mal zum aduino abo aboreas wo ist der dude er stand doch hier oder wo ist er kann nicht weg sein ach nee ja wer wollte denn wer wollte denn hier mit uns quatschen polandina und eugenie ach und da ist die die andere troller die wir getroffen haben lady antonia has heard about the grand exhibition she realizes their cure is meaningless her illness has worsened perhaps because she lost hope i fear we might lose her soon lady antonia cautions against it to be sure but i still believe that gold coin fruit is our last hope i have heard about an alchemist who knows how to use that most miraculous medicine she is find a way to treat her ja gucken wir mal ne ja nichts mehr ich nie wollte noch mit uns reden aber wo ist denn der der wolf tut vier fingerhandschuhe alles klar was ist das für eine axt ich will die achse haben ja liegt okay ja hallo neue person i'm afraid you saw my bad side of the grand exhibition i was able to escape thanks to you i didn't mean to be ungrateful i'm a soldier from outside croc they sent us in pairs to investigate i got trapped by the blockade and separated from my partner i don't think the puppets are the only things at play here no shit can i stay with you until i get in touch with my partner klar i get the puppets but what are the monsters doing here what is happening to croc ja das frage ich mich schon seit etlichen stunden äh dann quatschen wir mal mit antonia hello da kommt nix neues dann ab in sumpf zum am royalis nein erstmal in den baum leer machen weil polandina ja gesagt sie könnten wichtig sein mitnehmen so quatschen wir mal mit 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 giancarlo da hinten ob der mal wieder irgendwas zu sagen hat how's the cure for the pet sadly it cannot cure everyone completely victims who have progressed too far have already lost organ function and there's no way to restore that even if we eliminate the petrification disease they won't last long they're passing might be less painful than petrification though are you sure i can make a cure mr stalker but i leave the choice to you a longer but painful life or a quicker but peaceful ne ich hab hunderte ne dutzende äh ja okay da haben wir ne heilung dann ja ich renne ja schon wenn du nicht labern würdest äh dann gehen wir erstmal zu polandina polandina ja pa 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 gas i believed in you and my belief has been rewarded she's the possibility of imminent death though why won't pain ever leave her alone i cannot make this choice every option is painful i cannot know what's best for her ja what would what would you choose ja also ein schmerzfreier tod wäre schon geiler irgendwie yes i suppose ignoring her pain wouldn't be right thank you so much no matter what happens i will accept it i will administer the medicine please accept this token of my gratitude immer mehr ergo fragmente so dann quatschen wir noch mit antonia ob die noch jemand zu sagen hat ja alles klar dann ab in den sumpf dumpf ja 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 hätte man ja wenigstens fahrt des elends mal markieren können hm fahrt des pilgers malum district opernhaus äh tolle wurs wo finde ich den wo hat's nochmal gesagt ist der im kahlen sumpf äh toll toll kann man jetzt nicht mal nachfragen äh kahlen sumpf hab ich auf jeden fall schon mal gehört frag mich mal was für ein sages oder das fahrt des pilgers monscheinstadt fahrt des elends äh ich google mal fix äh auf b atomino atomino weißt du atomino atomino äh äh ne nicht atomino 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 hä lights of pee arduino ne nicht arduino ne nicht arduino äh äh lights of pee wolfgai alidoro meine Güte bin ich blöd äh ja wo finde ich den denn äh vinnini walks ähm ähm sluggers baronswamp entrance okay du 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 wo wuuu wo wuuu 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 ach da war ich noch gar nicht Alles klar. Ja, dann kann ja auch nicht angezeigt werden. Das macht Sinn. Alles klar, danke. Sehr gerne habe ich eure Zeit verschwendet. Das passt ganz gut. So. Jetzt die Frage, wie geht es weiter? Da war ja eine Tür, die abgeschlossen war, wo ich den Schlüssel für brauchte. Und da vorne die Tür ist jetzt offen. Hm. Maschieren wir nochmal durch. Ah, irgendwann... Oh, ja. Sehr geil. Nice. Ja, das ist definitiv etwas. Ah, da muss ich jetzt... Und da sind schon wieder Leute. Äh, wir drehen erstmal um. Wir drehen erstmal um und suchen die Tür, wo ich den Schlüssel für gekriegt habe. Weil da war ja auch noch ein Areal draußen, wo der... Wo hier der, 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 der Abregelungsmechanismus war. Moment, habe ich jetzt die ganze Zeit auch mit dem falschen Amulett gekämpft? Äh, läuft. Sehr gut. Also man hätte auch noch das Amulett des Kadaverschlechters mitnehmen können. Da wäre das ein bisschen... Wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher gewesen. Wenn man nicht so ein... Kompletten Noob ist, wie ich. Dann funktioniert das auch. So, na jetzt... Ich hoffe, der Typ kommt jetzt nicht wieder runtergesprungen. Ne, alles klar. Der ist weg. Splubbert. Da. Oh, die Tür, ne? Mach auf! Yes. Und? Oh. Ach, Sophie. Ui. Geht nicht ab. Respekt, Junge. Oh. Ist es da, Gäser? Okay. Okay. Heiligenstatue der Barmherzigkeit. Du kannst mit der Heiligenstatue der Barmherzigkeit eine Zurücksetzung des Systems durchführen. Wenn du Goldmünzenfrüchte ausgibst, kannst du folgendes zurücksetzen. Stufe P-Organ und Legionswaffe. Je öfter du zurücksetzt, desto mehr Goldmünzenfrüchte werden dafür benötigt. Ja. All right. Sorry to startle you. It seems the power of the listener within me, the power to hear Ergo, is getting stronger. It's powerful enough to send not only my voice, but even illusions. Maybe it's because of the power of this Saint-Ess statue. I came to you because I wanted to tell you about Simon. The terrible things he does. I should have told you about Simon earlier. But it's the sort of thing you have to see to believe. He is the most dangerous man in Crot. He spreads mayhem and death for a delusion he calls evolution. Simon wants to evolve a new world in Crot. A horrible future. Even worse than the disasters we already face. That's why I woke you up. If you can't save Crot from Simon, no one can. Find the Isle of Alchemists. Someone must know how to get there. I will help as much as I can, of course. Please, save Crot. Ja, ich werde mein Bestes tun. Oh, da legt sie mir noch was. So sagte Pistris. Ich, Adriana, zeichne dies für die Brüder und Schwestern auf. Preise Pistris, der sogar Gott verschlingen wird. Okay. Reikard. Hört her, meine Brüder und Schwestern. Ich, Pistris, werde euch in die Geheimnisse der Welt einweihen. Am Anfang war es ein Wunsch. Es muss ein Wunsch gewesen sein. Es ist das einzige vergängliche Paradies, das die Menschen haben können. Jahrtausende lang gingen die Wünsche der Menschen verloren. Aber einer erreichte einen Stern. Das war ein Wunder. Okay. Umso mehr, weil dieser Stern ein sehr guter Stern war. Okay. Der Stern erhörte die Wünsche der Menschen und stieg zu Erden ab. Und somit begann alles. Interessant. So. Untersuchen. Du Puppe, die du von einem neuen Leben träumst. Oh, this device must be powered by gold coin fruit. A new life for an old puppet. Hm. Aber günstig. P-Organe, die Gunstwaffe zurücksetzen. Aha. Alles klar. Da kann man dann mal beizeiten gucken. Aber ich glaube, jetzt gehen wir erstmal auf die Alchemisteninsel. Und da haben wir jetzt auch einen Stargäser. Da kommen wir dann permanent hin zurück. Jawohl. Sehr schön. Ich hätte mich jetzt auch teleportieren können. Film gerade mal so ein. Aber die Vermieter kann man noch laufen. Dann zwei gesunde Beine. Ach nee. Und dann auf zur Insel. Und ich sag, hey, ab auf die Insel. Dem Simon hinterher. Ey, oh was geht? Dem Simon hinterher. Ey, oh was geht. Dem Stoff. Ganz schön groß hier. Die Map. Gucken wir uns doch mal. Hören wir uns doch mal, um die Kappelskörper da vorne zu sagen. Ciao Beine. Ciao Beine. Ciao Beine. Hm. 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 Mein junger Bruder hier wird langsam, aber sicherlich verletzt sein, seine Fenster auf den Welt, zu einer schrecklichen, langweiligen Krankheit. Das ist der Grund, warum ich die Gold-Coin-Fruit suche. Es ist bereit, um Miracles zu arbeiten. Und ich brauche einen. Die Alchemists geben uns nur genug, um ihn zu gehen, aber nicht genug, um ihn zu curieren. Und niemals was sie haben. Wir können nicht auf die kreuzigendem Wieserste beraten. Bitte, nicht mich zu schrauben. Er braucht das. Außerdem, für einen Freund, der den den Black-Rabbit-Brotherhoods-Den und in einem Stück ging, wird es so einfach, als zu essen, in Bambalone. Bitte, die Gold-Coin-Fruit ist das einzige, das hilft. Du bist da? Kannst du mich hören? Bitte, die Gold-Coin-Fruit ist... Wir wussten, dass du ein wahrer Freund bist. Und generös. Das stimmt. Ich mag dich von Anfang, du weißt. Ich habe nur ein Gefühl. Wenn du sonst nicht fühlst, das war nicht ich. Ignorre diesen. Wenn er gefühlt oder einfach fühlt, er schützt. Aber er ist wirklich dankbar. Wir beide sind. Auf der anderen Seite. Ich liebe es, zu spüren und zu gehen. Aber wir haben noch eine Request von den Alchemisten, um zu schützen. Also, wir bleiben hinterher. Du musst, ohne uns gehen. Also... Ich glaube, das ist ein Glück. Ich werde nie vergessen. Ich werde nie vergessen. Hier. Ein kleines Token. Aber es ist ein Gift aus dem Herzen. Jetzt geht's. Oh, Musik. Und... Eine Geste. Es... Entschuldigung, eine Seite. Unten war nur noch ein... Ein Bereich... vor der Tür. Wo ich... nicht reinkam. Ha. Ja, dann fahren wir durch die Straßenbahn, ne? Äh... You need me? I was surprised when the bell rang. The Isle of Alchemists, you say? And... Monsters. This is a nightmare. I'm living my own nightmare. Puppets and alchemists forget it. It is their secret island. A place hidden from the world. But even if we could find it... How to get there... What about... What about... I don't know if it even works anymore. But one still requires fuel, needs must when the devil drives. There could still be a way. A dangerous but marvelous mode of transportation. But... It won't work without a golden ergo. My research... Well, Purchinella did a lot of the heavy lifting. Has led me to believe you can find one deep within the barren swamp. It's also led me to believe it is guarded by actual monsters. So... I can't make this decision for you. It's up to you. No, I'm not going to tell you the details yet. Not until we have that golden ergo. Which is just not worth getting our hopes up, Kompagno. So... Alles klar. Also nicht auf die Insel. Wir müssen jetzt Treibstoff organisieren. Goldenes Ergo. Monster, Kala, Sumpf. Ich hab schon wieder den Namen von Wolfsführung. Adolino. Egal. Äh... Ja, machen wir nächstes Mal. Machen wir morgen. Danke damit fürs zu sehen. Bis morgen. Und tschüss. vorlesen